no offense ich mache gerade auf facebook klicke hier rein zufällig auf den paralympischen italienischen dartboard irgendwas ding wo sie kleine radikalautomaten vorstellen auf 137 dann ist das so ein live link für so einen stream wo die frauen daten aus italien nicht mehr interessiert mich mal gehe ich mal drauf kommen genau hier rein hier die hat 90 rest hier unten siehst du 90 rest hier siehst du was sie gescored hat 20 ja gut 70 rest single 20 gescored noch eine 20 50 rest ok ok danke fürs gespräch ich habe erst gar nicht wusste was los ist weil ich gar nicht gecheckt habe was der score ist jetzt habe ich das zwei dreimal angeschaut die macht jetzt einfach mal 90 aus über wohl sei alle klatschen so ab ja kann passieren so ja aber ich wollte ich euch mal kurz zeigen fand ich jetzt nicht schlecht klickt da zufällig rein rein ja